Mallorca ist ein absolutes Traumferienziel, weil auf kleinem Raum eine kleine Insel extrem viel Arbeit angeboten wird für jedermann eigentlich. Mallorca ist ideal für Leute, die Sport, Partyferien auch, Strand, Wellness miteinander verbinden möchten und ein Angebot suchen, das alles zusammen kombiniert. Ein besonderer Geheimtipp von mir ist, dass man an Playa del Palma etwas entlangläuft mit Freunden und spontan einen Speedboat Trip bucht, wo man mit 450 über das Wasser fährt und verschiedene Spots anschaut, Küsterklärungen hat und sogar die Abnone-Baden-Stop, die wir gemacht haben. Es macht mega Spass und es ist super, es ist genial, richtig Adrenalin. Wolltet für Mallorca? Weil die Kombination zwischen Strand, Baden-Ferien und Städtenreisen und Party-Meka ist genial. Man kann viele verschiedene Sachen machen und das innerhalb einer 1,5 Stunden Flug gibt nichts Leichteres. Wolltet für Mallorca? Es ist genial und ihr werdet begeistert sein. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk